Seit ihrer Trennung von Brad Pitt wartet die Welt auf einen neuen Partner an Angelina Jolie Seite. Der Hollywood-Star befeuert regelmäßig Spekulationen um sein Liebesleben, die Schauspielerin ist eine Meisterin darin, die Gerüchteküche zum Brodeln zu bringen. Aktuell steht ein Nachwuchsstar im Fokus, während ihr Ex-Brad Pitt, 60, im Juli seine angeblich bereits zwei Jahre andauernde Romanze mit der Schmuckdesignerin Ineste Ramon, 31, durch einen händchenhaltenden Auftritt beim Formel-1-Rennen in Großbritannien offiziell gemacht hat. Gib das Liebesleben von Angelina Jolie, 49, bislang Rätsel auf. Immer einmal wieder wird ihr eine Affäre angedichtet. In den vergangenen Monaten mit dem Rapper Akala, 40, der sie unter anderem zu den Filmfestspielen in Venedig und zum London Film Festival begleitete. Nun scheint ein weiterer Mensch ihr Herz zu fesseln. Angelina Jolie hat Feuer gefangen, das Thema Rapper scheint inzwischen vom Tisch. Angelina soll schon seit einigen Jahren mit dem Briten Akala nur sehr gut befreundet sein. Erklärte eine Quelle aus ihrem Umfeld kürzlich gegenüber People. Doch jetzt kommt ein neuer Protagonist ins Spiel. Jason Schmidt. Der 21-Jährige steht für Jolie-Broadway-Version des Kultfilms The Outsiders auf der Bühne, spielt die Rolle des Sodapop, und die Aktrisse scheint Feuer gefangen zu haben. Anfang Oktober tauchte der vielversprechende Newcomer ihrem Kunsthandwerksladen Atelier Jolie in New York auf. Dort soll er für sie und ihre Gäste Shah sogar ein kleines Privatkonzert gegeben haben. Stellte seinen neuen Song Growing Up vor. Angelina hat sich offenbar in ihre Entdeckung ein wenig verguckt. Man habe ein starkes Band geknüpft, heißt es laut Daily Mail angeblich aus ihren vertrauten Reihen. Sie wisse es zu schätzen, wie talentiert und kunstbegeistert er sei. Intimes Privatkonzert Die Aufmerksamkeit der Hollywood-Diva scheint dem jungen Künstler indes zu schmeicheln. Es sei ein wunderbarer Abend gewesen, kommentierte er auf Instagram. Das Atelier Jolie begrüßte Jason Schmidt, bekannt durch seine Rolle in der Broadway-Produktion The Outsiders, zu einem intimen Privatkonzert mit engen Freunden und der Familie, würdigte die Gastgeberin seinen Auftritt mit einem Post auf der offiziellen Seite ihres Kreativunternehmens. Vielen Dank.